Jetzt kommt nämlich Musikrichtung, die eigentlich dafür bekannt ist, dass man da ganz dicke, fette Joints rauft und ruft und tanzt und so weiter. Und ich habe auch immer gedacht, ja okay, das ist halt alles lustig, alles easy, alles cool. Irie, wie sie es uns einfach nicht kann sagen, hat aber einen ganz ernsten Hintergrund. Und ihr wisst, was jetzt kommt, das ist der aller, 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 allererste Schwaben Reggae. Und das ist überhaupt nicht witzig und gar nicht lustig, da geht es ums Verzirne, ums Uff Reggae. Und das ist der Reggae, die Uff. Und das istCloud, wir verstehen uns einfach nicht mehr. Musik 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 Immer wenn ich die Berühr'n Zum Schluss oder Rönts Siehst du so von Kopf bis Fuß Und melden, was ich will Oder machst du's nicht los Und stehst mal dein Mund Komm doch, sag wieder, was hab ich für Grunde Was ich will, was ich will Was ich will, was ich will Was ich will leke, 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 Leo, Nazato es来 cheese, leke, 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 Leo, Nazato es gut, da ist das eineunde, ist es hier zu weh leke, 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 Leo, Nazato es gibt es keine Hammer, weh leke, 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 Leo, Nazato Musik Ok? Ich mache jetzt super mit. Und wenn jetzt so viele Frauen da sind, dann sage ich jetzt schon mal durch, dass wir nach dem Song in die Pause gehen. Wir haben geschmacht, wir sind ein Raucher, von gewöhnlichem zur Schlange hinterher, und brauchen jetzt auch ein Rufslauer, das geht nur noch eine Minute, der Fairness halber, wenn es einem passiert, oder wenn man nach dem Song in die Pause. Aber vorher müssen wir natürlich noch ein bisschen ausloten, wer halt auch ein Stärker ist. Normalerweise spielen wir immer alt gegen jung, aber da werden wir halt in den Räumen. Ich habe ja gesagt, das ist nicht der Seine, das muss ich sagen. Aufpassen! Du spielst, das ist das alte Spiel. Mädchen, den Buben. Bist du dabei? Mädchen, fangen wir an. Aber hallo! Also ich finde es ganz gut. Aber wir werden natürlich auch ein bisschen eischmeicheln. Das habe ich so im Ernst. Muss noch Offiziersschulen. Marien! Ja, jetzt kommen uns die Männer. Wir halten uns raus, weil sie suchen wir aufhören mit dem Mikrofon. Aber es ist auch das Mal genau. Aufpassen! Aber hallo! Das ist auch nett, was wir jetzt sind. Aber hallo! Das ist auch nett, was wir jetzt sind. Aber hallo! Ich glaube nicht wahr ist, wenn wir uns sparen. Wenn du 6 Uhr mitbringst, oder 6 Uhr vorne legst, 5 Minuten Verschluss dann passiert nicht mehr viel. Aber, Moment, Moment! Als Belohnung für die Frauen, wo etwas ganz Besonderes uns ausdacht, ihr dürft jetzt relativ aus wieder bringen. Du weißt, das war das Lied, das wir gerade spielen. Regidiof hier, Jamaika, Scherzer und so weiter. Die Frauen rufen wieder ein und meine Kollegin an der Bass-Gitarre führt euch hin! Bei der Gelegenheit darf ich vorstellen, am Bass Fräfer 54! Frauen! Frau! Mach genau! Aufmerkens, komm mal! Und nochmal! Und nochmal! Wie ist der Lauer? Und jetzt kommt die Mekko dazu! Regidiof hier, Regidiof! Ja ol' Neumal! Regidiof! Ja ol' Neumal! Regidiof! Regidiof! Neumal! Wir wollen nur noch Hey, 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 hey We're gonna start one Cheekyo 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 15 Minuten hat mich hier